du musst dich selbst reflektieren das heißt jeder von uns macht fehler und das ist auch völlig in ordnung so wichtig ist nur dass ich mir nach überlegen warum ist das passiert was passiert ist wie kriege ich das sehen dass das nicht noch mal passiert und wenn ich selber damit nicht klarkomme hole ich mehr hilfe wenn ich das gefühl habe ich bin in dieser situation überfordert wohl ich mehr hilfe dafür muss ich mir aber selbst vertrauen ich muss mich selbst lieben ich muss mich selbst annehmen können und es läuft nicht immer alles glatt auch ich habe in meiner beruflichen laufbahn schon viel mist gebaut und was ich aber kann wirklich darüber nachdenken im anschluss und überlegen was kannst du beim nächsten mal anders machen oder was kannst du jetzt tun damit der geringste schaden entsteht und das ist halt wichtig und